Ich freue mich sehr, dass der Deutsche Fußballbund auch in diesem Jahr Discover Football in Berlin unterstützen kann. Es ist eine großartige Initiative von jungen Leuten, die über Fußball soziale Strukturen in allen Ländern dieser Welt, in allen Kontinenten verbessern wollen und insbesondere natürlich dem Fußball für Mädchen und Frauen ein Stück in der Begegnung weiterhelfen. Es kommen Gäste zu uns aus allen Ehrteilen, werden aber nicht nur Fußball spielen, sondern sie werden auch kulturelle Erlebnisse haben, Begegnungen haben und sie werden viel erzählen können aus den Bedingungen ihres Landes, aber auch natürlich lernen, wie es in anderen Ländern vorwärts geht. Und ich denke, dass gerade dieses tolle Projekt dazu beitragen kann, dass Frauen und Mädchen sich verständigen können, dass sie Mut haben, dass sie Kraft haben und dass sie über den Fußball auch ein Stück gesellschaftliche Wertschätzung erreichen. All das haben sie verdient.